www.datenschutzverordnung.de Datenschutzverordnung ist ein grundsätzliches Recht. Und die Unternehmen haben das Recht, zu erklären, was sie mit unseren Daten tun. Europäische Bürgerinnen sind beschäftigt, dass ihre persönlichen Daten verwendet werden. Datenschutz den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht das um mich. Am Anfang mussten wir erst mal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform. Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt. Das ermöglicht die Arbeit, um die Europäische Union zu verlassen. Unsere Leben geht um Daten. Daten und Geld. Das ist um die Bevölkerung und die Menschen. Das ist eine grundsätzlich gefährliche Sache für die Demokratie. Es ist unsere Verantwortung, diese Recht in den Platz zu bekommen. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Wer möchte die Direktoren behalten? Wer möchte die Direktoren behalten? Ich denke, die übliche Suspekte kennen. Untertitelung des ZDF, 2020